Abenteuer, Betty Taube darf Formel 1 Wagen mitfahren. Betty Taube, 28, hat im Laufe ihrer TV-Karriere schon so einige Erfahrungen gesammelt. Die gebürtige Eberswalderin hat 2014 im Rahmen der 9. Germanis Next Topmodel Staffel um den Sieg gekämpft, und dabei so einige spannende Challenges absolviert. Außerdem war sie unter anderem schon beim TV-Total-Durmspringen oder auch bei Promi Shopping Queen dabei. Doch jetzt machte sie eine besonders rasante Erfahrung, Betty durfte in einem Formel-1-Wagen mitfahren. Auf ihrem Instagram-Profil teilte Betty nun einen Clip, der sie bei dem adrenalin-geladenen Erlebnis zeigt. Nach ein paar medizinischen Tests darf die Beauty im Cockpit des Rennwagens Platz nehmen. In der Aufnahme flitzt die Influencerin daraufhin gemeinsam mit einem professionellen Fahrer über den Asphalt. Lichtgeschwindigkeit und drei Tage Nackenschmerzen ergeben eines meiner krassesten Abenteuer, betonte das Model zudem. Schnelle Autos sind aber nicht Bettys einzige Leidenschaft. Die frohe Natur arbeitet auch gerne in schwindelerregenden Höhen an ihrem Adrenalinspiegel, Betty hat nämlich sogar einen eigenen Pilotenschein und teilt im Netz immer wieder Videos und Fotos von ihren Flügen.